Musik 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 Oh Ah Wo bin ich denn hier gelandet? Wieso stehe ich denn im Flur? Licht aus Ich will schlafen Ah Mein Haus Ah, Herr Doktor, da sind Sie ja Machen Sie mal das Licht aus Ich möchte schlafen Ah, da ist ja unsere Handgelenksfallpauschale Handlingspuschelfalle? Ich bin keine Handlingspuschelfalle Aber ja doch, laut Krankenhaus und Kassenverordnung Paragraf 134 Römisch 2 Absatz 10 Bei Ihnen sind Sie eine Handgelenksfallpauschale Ach, was? Jedenfalls ist die OP hervorragend verlaufen und wir haben Ihr Handgelenk erfolgreich ausgetauscht Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Halbweg Halbweg? Die Scherzkeks! Ich kann meinen Kopf überhaupt nicht bewegen Richtig! Den sollten Sie auch drei Wochen stillhalten Stillhalten? Das könnte Ihnen so passen Ich habe ja wohl noch ein Recht darauf auszuschlafen, bis ich mich wieder bewegen kann Dafür, dass Sie ausschlafen, werden Sie aber nicht bezahlt So was dachte ich mir schon Erlauben Sie? Draußen warten noch andere Fallpauschalen Ich muss Sie jetzt bitten zu reden Auf Wiedersehen! Was? Ist das ein heilloses Durcheinander hier? Nächste ist aber Schluss! Oh, ist das schön! Oh, ist das schön! Hallo Charlie, willkommen in deinem Traumkrankenhaus Möchtest du eine Tasse Kaffee oder eine Schmerztablette? Gerne, aber Traumkrankenhaus? Kann ich jetzt nicht hier bleiben, bis ich wieder gesund bin? Da arbeiten wir dran! Ich werde auf dem Osteemr così Ja, wir warten müssen Ich werde auf dem Osteemr Я eles